und wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem kanal zu einem neuen kleinen let's play und zwar spielen wir heute die demo von dark deceptions und da wollen wir auch gar nicht lange schnaggeln sondern wollen einfach mal direkt mit dem neuen spiel starten wie ist ballroom die pfeife zu einem körperlichen ring sind hidden in nightmares behind each of these portals find them and bring them to me and you'll get your wish fail and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here wie also ich soll jetzt irgendwie also ich soll durch die portale und soll hier irgendwas mitgeben und dann ist kann ich mir ein wunsch wünschen den sie mir erfüllt ok na dann nehme ich es mal für mich so mit geht das jetzt hier auf zeit ich kann sprinten warum geht es hier überhaupt monkey business bring back any memories nein also was für erinnerungen woran oh gott ich kann nicht mehr zurück hotels also ok ich mach mal wie stevie immer immer ring the bell wo sind wir denn hier ring for service hallo ja kam unerwartet hallo willkommen breakfast and murderer free every day until 10 am ha 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 ja gar nicht toll was ist das denn ein bild von einer scherbe kristall was soll das sein ok wir folgen mal den kristall meine fresse mustert wer ist er denn ist das ein großer monkey also sieht aus wie was bist du denn was hast du denn für hände sind das messer ist ja ok ist ja ok der fahrstuhl gehört ganz dir es gibt ja auch noch ein paar andere du scheiß was ist das für ein hotel also monkey business okay jetzt ist der fahrstuhl oh wir haben aber fahrstuhlmusik warum geht die licht aus und an okay das sieht aber nicht also wollen wir vielleicht woanders hin was sind das für zeichen sie das floating bit of crystal das sind soul schaden fragment of human spirit scattered throughout the halls of this little maze each crystal is a remnant of one who has met their end here gather them all and the first ring piece will be yours one more thing you're not alone there are monsters in here they're looking for you here you'll need this it can detect each shards location it was left by the last guest to disappoint me here a very clever girl just not a very fast runner enough instruction break those boards and let's get this party started bin ich jetzt hier bei darkswoods also sind das sind kristalle das sind so lebenskristalle wo okay oh ja die sollen wir jetzt okay hier komme ich nicht durch und hier gibt es gott hier gibt es monster hier muss ich irgendwie oh gott es ist ein labyrinth und ich habe jetzt schon verkackt was ist das hinter mir okay es verfolgt mich was und ich weiß nicht was okay gar kein problem gar kein problem ich bin hoffentlich schneller als er ich hoffe so oh gott das stresst ja mal gar nicht oh gott wo kommt der denn her ich habe drei leben und was okay komm wir wir probieren es warum wie also wie kann ich denn an denen vorbei also wie komme ich denn von denen weg indem ich im kreis renne oh das war die falsche richtung scheiße da wollte ich gar nicht hin aber hier muss ich eh noch die dinge einsammeln ey wie soll das funktionieren 3d pacman ja aber wirklich okay okay also ich eh also hier muss ich mit einer anderen taktik rangehen also ich probiere mal jetzt noch was aber ich glaube am ende sieht das bei mir für mich nicht gut aus vor allem ich muss ja alle dazu finden alle okay also ich krieg auf jeden fall so ein indiz ähm scheiße jetzt ist er wieder hinter mir wann die bei mir sind und wann nicht das ist aber gar nicht stressig das ist aber gar nicht stressig ich wusste dass er von da kommt scheiße ich muss in die andere richtung ich muss ähm weit weit weg ich muss ganz weit weg alles cool alles gar kein problem gar kein problem das war nicht gut ich muss da nicht schütteln mit mittlerer mautaste stand da echt okay ey dann lass uns noch mal neu starten es ist aber auch riesig das maze also ok ich bin gespannt Warte mal, vielleicht sollten wir erstmal hier mit solchen kleinen Dingern hier so anfangen. Na, warte mal, da kam mir gerade einer entgegen. Das ist gar nicht so gut. Scheiße, ich hätte die Ecke mitnehmen sollen. Er hat eine Abkürzung genommen. Gott, das sind jetzt zwei oder drei hinter mir, meinem Puppes. Ich lauf mal hier weiter. I don't know. Ich hoffe, dass die gleich... Okay, also von da vorne kommt keiner, bis jetzt noch nicht. Oh, leck, oh mio, das ist ja gar nicht mal stressig. Oh, lululululululul, ey. Also, dass die aber auch zu zweit oder zu dritt teilweise sind, finde ich schon ein bisschen unfair. Oh Gott. Ich bin hart am konzentrieren. Okay, wir haben jetzt nur noch 112. Wir haben hier hinten echt gut abgegrastet. Was ist denn los? Warum klopst du denn hier? Aber das ist ganz schön... Also... Oh ja, oh ja, oh ja. Holla, die weit fehl. Also, wirklich. Ist gar nicht so einfach. Versuchen wir, die letzten 112 noch hinzukriegen. Ja, 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 ich hab's verstanden. I, I, I get it. Schlimmer hier war ich anscheinend schon. Da ist der nächste Monkey. Ganz kurz mal hier hin. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, ja, alles cool. Jetzt sind wieder beide am Arsch. Ich hab... Ich bin am Arsch. I'm on my way. Okay, die Animals... Also, jetzt hab ich hier die Gegner. Die sind auf jeden Fall jetzt auf der Karte für mich sichtbar. Das ist schon mal sehr nice. Oh, damit kann ich ein bisschen mehr anfangen. Finde ich sehr gut. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Das sind jetzt drei. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Dann laufen wir doch mal hier lang. Ne, da lauf ich jetzt nicht lang, weil der kommt nicht von der Seite. Hab ich mir nämlich fast gedacht. Hahaha. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Gar nicht gut. Ich muss hier lang. Gar nicht gut. Ich geh jetzt hier lang. Oh Gott. Da war ein Stein. Ein einziger Stein war da. Okay, was hab ich hier noch? Enemy Stunt. Oh, sehr gut. Okay, hier hinten hab ich keine, keine, keine Kristalle mehr. Oh, fuck it. Ich seh sie nicht mehr auf der Karte. Jetzt weiß ich nicht, wie ich laufen muss. Ich hab noch ein Leben. Aber nur noch 18 Stück. Ich bin guter Dinge, dass wir das jetzt in dem Run hinkriegen, hoffentlich. Okay. Ich hab's nicht geschafft, weil ich danach noch wieder zurück muss. Oh, no. Das ist jetzt echt euer Ernst. Ich war so gut. Okay, okay. Aber es ist machbar. Es ist Posse-Bru. Alles ist, äh, let's do it again from the checkpoint. Das ist doch... Das ist doch unfair. Ist das jetzt euer fucking Ernst? Ich muss jetzt hier einmal im Kreis laufen. Ich hab's geschafft. Oder auch nicht. Ich hab's geschafft. Oh, leck mich. Grüße aus dem Gym. Mai, 257 Mai. Aber Umfrage war, ob du alle einsammeln kannst. Dann hast du es geschafft. Oh, cool. Das freut mich. Für die Believer. Ich bin weg. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Was? Secrets? Es gibt Secrets? Wer kommt denn aufs... Was? Leben verloren. Ja, ich hab alle drei Leben verloren. Ja, ist okay. Endrang B. Find ich aber okay. Also, hey. Also, dafür, dass es so stressig war. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Okay. Das war die Demo zu Dark Deception. Äh. War irgendwie interessant. Labyrinthmäßiges Seeleneinsammeln von Kristallen. Kann man machen? Wenn ihr mehr dazu sehen wollt. Oder ihr wollt, dass wir das mal komplett durchspielen. Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Äh. Lasst gerne ein Like da. Einen Comment. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, natürlich auch ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann einfach wieder bei einem nächsten kleinen Projekt. Bis dahin sag ich jetzt mal. Reingehauen! Also, es geht um, wie 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 es geht um, Vielen Dank.